Mit einer neuen Kampagne präsentiert sich das Bistum Münster nun in der Öffentlichkeit. Heute wurden Logo, Claim und Plakate der Presse präsentiert. Den Hintergrund dieser Werbemaßnahme erklärt Bischof Felix Gent. Die Menschen in unserem Bistum, vor allen Dingen die, die bisher weniger Kontakt oder nur punktuell Kontakt mit der Kirche haben. Wir wollen vermitteln, dass die Kirche für das Leben der Menschen eine große Hilfe sein kann. Es wäre eine Hoffnung, es wäre schön, aber zumindest machen wir dadurch deutlich, das ist eine Marke, die man nicht einfach übergehen kann. Das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich bin ja gar nicht so ein Typ, der auf Plakate und auf Werbeslogans eingeht. Aber ich habe da auf die Kompetenz meiner Mitarbeiter gesetzt.